Einen schönen guten Tag, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsadaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Chart Flash für Montag, den 12. Juni. Gut, wir beginnen zunächst wieder mit dem S&P 500, dem hier vorliegenden Tagesschart. Da konnten wir an der Vorwoche am Freitag den Widerstandsbereich um 4.300 Punkte, wo wir ja in den Vortagen immer wieder nach unten abgeprallt waren, letztendlich nach oben durchbrechen. Im Tageshoch am Freitag lagen wir dann bei 4.322 Punkten, danach ging es wieder abwärts und wir sind dann leicht unter der Marke von 4.300 Punkten bei 4.298 Punkten. Mit dieser bärischen Tageskerze, mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen, könnten nun möglicherweise nachhaltig hier am Widerstand bei 4.300 Punkte nach unten abprallen und dann zunächst Kurs nehmen. Auf den 10er EMA die hellblaue Linie, die aktuell im Bereich von 4.250 Punkten notiert. Können wir doch weiter ansteigen und den Widerstandsbereich bei 4.300 Punkten nachhaltig überwinden, wäre zunächst das Verlaufshoch bei 4.322 Punkte die nächste Anlaufmarke, darüber dann der Bereich von 4.350 Punkten. Gut, wir gehen dann eine Zeitebene höher an den Wochenchart im S&P 500. Da sehen wir, dass wir hier in den Vorwochen die wichtige Ichimoku-Wolke nach oben durchbrochen haben. Wir sind dann weiter angestiegen und haben den Durchbruch damit nach oben bestätigt. Sollten wir wieder korrigieren und eine erneute Korrektur stattfinden, dann sollte diese höchstwahrscheinlich erneut hier im Bereich um den 10er EMA im Wochenchart auslaufen. Aktuell notiert der 10er EMA bei 4.180 Punkten ungefähr. Das ist ja diese hellblaue Linie der 10er EMA, wo dann Korrekturen höchstwahrscheinlich auslaufen sollten. In der Folge wäre dann mit weiter steigenden Kursen im S&P 500 zu rechnen. Eintrüben würde sich die Lage erst dann wieder, sobald wir hier den 10er EMA nachhaltig nach unten durchbrechen würden. In diesem Fall wäre dann die nächste Anlaufmarke der 50er EMA aktuell bei 4.070 Punkten. Darunter dann die untere Begrenzung der Ichimoku-Wolke. Gut, wir machen dann weiter mit dem Euro-Dollar im hier vorliegenden Wochenchart. Der Euro-Dollar befindet sich hier seit dem Verlaufstief bei 0,953 Dollar in einem Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend führte zunächst direkt hier zum 200er EMA dieser roten Linie, die aktuell bei 1,107 Dollar notiert. Wir sind dann hier am 200er EMA sowie am Widerstand bei 1,109 Dollar nach unten abgeprallt, haben eine Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend durchgeführt, die dann zunächst hier den 10er EMA nach unten durchbrochen hat und dann in der Extension den 50er EMA angelaufen hat. Im Bereich um den 50er EMA konnten wir uns dann aber fangen und dann erneut ansteigen und nehmen aktuell erneut Kurs auf den 10er EMA im Wochenchart, der derzeit bei 1,0798 Dollar notiert. Wir müssen nun hier den 10er EMA nach oben durchbrechen, damit eine neue Aufwärtsbewegung stattfinden kann. In diesem Fall wäre dann mit einer Fortsetzung von höheren Verlaufstiefs und höheren Verlaufshochs zu rechnen. Das bedeutet, dass wir dann höchstwahrscheinlich mittel- bis langfristig erneut hier den Widerstandsbereich um 1,109 Dollar anlaufen und höchstwahrscheinlich dann dem Aufwärtstrend folgend auch nach oben durchbrechen sollten. Können wir den 10er EMA hingegen nicht nachhaltig nach oben durchbrechen und bilden hier in diesem Bereich um den 10er EMA im Wochenchart ein Verlaufshoch, dann wäre dies bereits ein erstes Signal für einen weiteren Abwärtstrend. In diesem Fall wäre dann zunächst mit einem erneuten Rücklauf hier zum 50er EMA zu rechnen und möglicherweise dann auch der Abwärtsbewegung folgend dann mit einem Durchbruch nach unten. In diesem Fall wäre dann ein weiterer Rücklauf zu erwarten in den Bereich von 1,050 Dollar, hier zur oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke. Gut und abschließend schauen wir uns noch den Wert von McDonalds an. Die Aktie befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 298,80 Dollar in einem Abwärtstrend. Wir sind hier am Widerstandsbereich um 300 Dollar zuvor nach unten abgeprallt, haben dann den 10er EMA und in der Folge auch den 50er EMA nach unten durchbrochen und die Aufwärtsbewegung, die Korrektur hier seit dem Verlaufstief konnte dann nur noch den 10er EMA leicht überschreiten. Wir sind dann weiter abgerutscht hier zur Unterstützung bei 280 Dollar, die sich ungefähr mit der unteren Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Tagesschart deckt. Da konnten wir dann wieder nach oben abprallen und befinden uns aktuell erneut hier im Bereich um den 50er und 10er EMA, wo wir dann möglicherweise erneut ein weiteres Verlaufshoch im übergeordneten Abwärtstrend dann bilden könnten und dann in der Folge wieder nach unten abdrehen könnten und wohl auch dann die Unterstützung dem Abwärtstrend folgend bei 280 Dollar nach unten durchbrechen sollten. Sollten wir unter 280 Dollar fallen, würde ein langfristiges Short-Signal entstehen. Damit würde nämlich hier die Ichimoku-Wolke nach unten durchbrochen werden. In diesem Fall wäre dann der nächste Anlaufbereich, zunächst hier der 200er EMA, die rote Linie, aktuell ungefähr im Bereich von 272,80 Dollar. Gut und damit wären wir dann wieder durch mit dem ING Markets Chartflash für den heutigen Montag. Ich melde mich dann wieder am morgigen Dienstag mit dem ING Markets Morning Call und in der nächsten Woche am Montag wieder mit dem ING Markets Chartflash. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im heutigen Trading und einen schönen Wochenbeginn. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im nächsten Mal.